Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen zum Tele-Stammtisch zur Besprechung der Komödie Wo die Lüge hinfällt. Ich bin's du und heute ist mein Partner der Timo. Hallo Timo. Hi. Timo, wir haben eigentlich nicht so viel gemeinsam, wenn man mal ganz ehrlich ist. Nö. Und eigentlich hatte ich dich auch seit dem ersten Mal. Wer bist denn du? Hallo. Wer ist denn das? Kennen Sie nicht? Ja, ja. Ich möchte mit Ihnen keine Intimitäten. Sei nicht so kindisch. Sei nicht so kindisch, ja. Bitte. Probst du den Podcaster. Wir wollen es ein bisschen necken und nach anderthalb Stunden sind wir doch zusammen. Ja, ja. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, fast schon, wo die Lüge hinfällt, gespoilert, glaube ich. Ja, wir haben eine Rom-Com gespoilert. Gibt es eigentlich ein Genre, was man noch weniger spoilern kann als Rom-Coms? Eine Paw Patrol-Folge und ein Porno. Letzteres habe ich schon mal gesehen. Siehst du? Ich habe auch schon mal Paw Patrol geguckt. Ja, okay. Timo, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass so richtige Rom-Coms in den letzten Jahren ein bisschen Mangelware worden sind? Wenn man vergleicht so mit Anfang der 2000er-90er Jahre, wo es ja im Jahr Minimum zwei, drei größere Rom-Coms gab. Ich habe das Gefühl, dass die letzte große Hollywood-Rom-Com-Ticket ins Paradies war mit George Clooney und Julia Roberts. Ja, groß ist da auch eine mutige Formulierung oder auch ein großes Wort, wie ich ja zu sagen pflege. Wir hatten das lustigerweise gestern so beim Käffchen vorneweg. Das ist neben dem Erotik-Thriller und der Komödie an sich, finde ich, sind es die drei Genres, die uns abhandengekommen sind. Durch einerseits Streaming und andererseits durch wirklich, es sind andere Zeiten und man ist vielleicht, was gerade so Erotik und solche Sachen angeht, so ein bisschen vorsichtiger geworden, würde ich jetzt mal formulieren. Also die Romantik-Komödie, wie sie ja auf Deutsch heißen würde, die hatte ja so ihre Hochphase, ich sag mal so Tom Hanks, McRhyne. McRhyne hat vielleicht auch die Rom-Com-Queen der 90er Jahre und irgendwie ist das halt ausgestorben, das Genre. Es ist so ähnlich wie der Western, es ist irgendwie alles erzählt, es gibt nur noch Varianten. So die letzte richtig tolle Rom-Com, die jetzt auch nicht irgendwie einen neueren Schlag hatte, sondern auch so Altmusch war, war ja sowas wie Hitch, finde ich. Aber ansonsten so Crazy Rich Asians ist ja schon wieder eine andere Baustelle, aber du hast vollkommen recht. Aber wie stehst denn du so zu Rom-Coms, also gerade so E-Mail für dich und so, weiß nicht, Schlaf im Settel ist ja eher eine Romanze als eine Komödie. Ist das du so ein Kleiner, der sich dann so mit dem Schal in den Kinosessel kuschelt und sich das so ein bisschen anschaut oder wie ist das? Ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich dir gesagt, so, boah, Rom-Com ist das größte Übel der Menschheitsgeschichte. Jetzt mit gereifterem Alter weiß ich eine gute Rom-Com auch zu würdigen und zu schätzen. Ich habe letztes Jahr bei dieser Best-of-Cinema-Reihe Harry und Sally im Kino geguckt. Oh. Und der ist halt wirklich richtig, richtig gut. Und ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass jetzt, ich greife vorweg, aber die Lüge hinfällt, ähnlich unterhaltsam und ähnlich gelungen ist. Spoiler ist er nicht. Aber... Ben Paul ist halt auch kein Billy Crystal und Sidney Sweeney ist noch keine... McRhyne. Noch. Wer weiß. Noch. Also, ich habe nichts gegen das Genre. Es ist definitiv nicht das Genre, für das ich morgens aufstehen würde. Aber es gibt auch, wie wir im Western, auch gute und schlechte. Ich hatte gerade einen Gedanken zu dem, was du eingeschmissen hast. Nee, ich wollte fragen, war Harry und Sally in der Best-of-Cinema-Reihe, war das eine Erstsichtung für dich? Nein. Ich habe den schon des Öfteren gesehen, aber ich hatte ihn dann längere Zeit Pause gehabt. Und ich habe ihn tatsächlich mit jemandem gesehen, der ihn noch nicht kannte. Und der hatte wirklich auch eine richtig großartige Zeit. Also, der meinte auch wirklich, das war mit die beste Komödie, die er in den letzten Jahren im Kino gesehen hat. Oh, das ist krass. Das ist wirklich ein Statement. Mal so außer Reihe, wir haben es nicht vorbereitet. Ist Harry und Sally deine Lieblings-Rom-Com oder deine witzigste, die du am witzigsten findest? Oh, ich glaube, bei der ist es nur Rom-Com, aber ich nenne es mal einfach so. Ich glaube, die lustigste Rom-Com für mich ist Faulkner, Mary. Ja, bei mir nicht so gut gehaltert irgendwie. Frank Treppen, Spezialeinheit. Ich glaube, vielleicht nicht die beste, aber die, die gerne mal übersehen wird, ist auch mit Billy Crystal, Forget Paris. Die mag ich sehr gerne. Also, er spielt irgendwie einen NBA-Schiedsrichter. Sie ist eine Autorin, glaube ich. Oder Lehrerin. Man weiß es nicht. Lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber den empfehle ich immer ganz gerne. Von 95, glaube ich. Ich mochte ganz gerne auch mit Meg Ryan dieser, ich weiß den deutschen Titel nicht mehr, Addicted to Love, wo sie mit Matthew Broderick versucht, ihre Ex-Partner irgendwie dann auszuspielen. Den fand ich auch ganz amüsant. In Sachen Liebe, glaube ich. Ja, genau, in Sachen Liebe war es, ja. Aber tatsächlich, Rom-Coms, es gibt wirklich viele gute und ich verbinde ja mit einer Rom-Com auch nicht unbedingt so ein richtiges Lachfest, aber so, dass man sich wohl fühlt, dass man, ja, sich auch um die Figuren kümmert, die man da zu sehen bekommt und dass man einfach eine kurzweilige, schöne, gute Zeit hat und dass man mit so einem, ja, mit so einem guten Gefühl das Kino verlässt. Und das ist für mich eine gute Rom-Com. Ich würde noch ergänzen, dass die Rom-Coms, die so ein bisschen den Fokus auf das Komödienhafte oder das Komödiantische legen, dass die noch über so skurrile, over-the-top Nebenfiguren funktionieren. Ich nehme mal als Beispiel Notting Hill, Reese Ifence, ich weiß gar nicht, wie er im, heißt er Spencer? Spike. Spike ist halt die Granate im Film, der hat halt richtig witzige Szenen und ist immer, wenn er auf der Bildfläche ist, ist es ein Kracher. Und das ist irgendwie den Rom-Coms, die haben dann manchmal so wie auch No Hard Feelings, haben die zwar ihr R-Rating, aber irgendwie fehlt da so dieses Drübersein. Also ich glaube, das Letzte, was ich da so richtig gut fand war, oder Brautalarm ist eigentlich auch keine Rom-Com, oder? Nee, nicht wirklich. Ich bin auch kein Fan von Brautalarm, muss ich auch sagen, aber ich verstehe schon, warum er so erfolgreich war, aber bei mir hat er nicht so Anklang gefunden. Aber du hast gerade was Schönes gesagt, und zwar R-Rated-Komödie. Ich finde ja, dass, wo die Lüge hinfällt, der ja drei Wochen vom Deutschlandstart schon in Amerika gestartet ist, dass der da tatsächlich mehr auch als R-Rated-Komödie vermarktet worden ist, als wirklich als klassische Rom-Com. Und das ist ganz ulkig, weil R-Rated heißt ja im Groben gesagt, dass in den USA, wenn du unter 17 Jahre alt bist, kannst du nur mit einem Erwachsenen in den Film rein. Und ich finde es einfach sehr amüsant, dass die FSK jetzt, wo die Lüge hinfällt, bewertet hat mit einer Altersfreigabe ohne Altersbegrenzung. Und das finde ich, das ist das, hands down für mich eines der lustigsten Sachen am ganzen Film. Wenn wir das jetzt ergründen, weiß ich nicht, ob das, wobei wir könnten so vielleicht einige Herren in die Kinosäle locken, könnte ich mir vorstellen. Andererseits wäre es vielleicht ein milder Spoiler, es gibt Titten, sagen wir es, wie es ist, es gibt Titten. Und ein Penis. Und ein Penis. Ja, das ist der Grund, warum er in den USA ein R-Rate hat und vermutlich auch, vielleicht wird ein oder andere Mal das böse F-Wort gesagt, das kann auch sein. Wir beide haben ihn jetzt nur in der Synchro gesehen und ich muss sagen, die war auch eher züchtig. Ja, und ich habe Glenn Paul zum allerersten Mal synchronisiert gehört und ich habe schon jetzt vergessen, welche Stimme er hat, aber ich dachte, boah, passt gar nicht. Aber gut, sei es drum. Ihr habt ja sieben Minuten lang um heißen Reihe geredet, nämlich um Rom-Coms und über Synchro und über Titten und Penisse und aber noch gar nicht so richtig so viel über den Film an sich. Und für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die noch weiter am Ball geblieben sind, vielen Dank für euer Vertrauen. Und wir werden es jetzt honorieren und zwar, indem Timo euch erzählt, worum es überhaupt in diesem Film geht, der, wo die Lüge hinfällt heißt. Ja, der auch wirklich ganz charmant anfängt. Vielleicht ein bisschen zu charmant, aber es begegnen sich die wirklich schöne Bay, wie heißt sie, Bay? Also es wird geschrieben Bayer, aber im Film wird Bay oder Bee gesagt. Bay, genau, Bee und Ben begegnen sich in einem Schleichwerbung in einem Kaffeehaus, das weltweit bekannt ist. Und sie muss pipi und er hilft ihr aus der Patsche, weil er sich als ihr Ehemann ausgibt. Und so ist das ein ganz nettes Geplänkel. Da gibt es schon eine erste Szene, die vermeintlich lustig sein soll, die ist aber für mich nicht wahr. Aber es ist so, das hat man so ein bisschen das Gefühl, die Chemie unter den Figuren scheint irgendwie zu stimmen. Die haben ihr erstes Date, es knistert, es gibt eine Übernachtung ohne Beckenkontakt und dann ist irgendwie plötzlich schon gleich die Luft raus durch verschiedene Umstände, die wir hier vielleicht nicht erörtern. Das heißt so, diese Bilderbuchromanze fällt erstmal aus, aber wie es das Schicksal so will, beide begegnen sich wieder, nämlich ein halbes Jahr später in einer Bar und wenig später bei einer Reise nach Australien. Denn die Schwester von Bee heiratet ihre Freundin oder Lebensgefährtin und der gute Ben ist von der Freundin oder von der zukünftigen Braut von Bees Schwester ist er ein, ich habe es richtig verstanden, Freund gewesen. Und so sind also zwei Gäste auf einer Hochzeit in Australien vor einer traumhaft schönen Bildschönkulisse und es droht so ein bisschen, dass sie die gute Stimmung ruinieren und deswegen gibt es so ein bisschen die Möglichkeit, dass die Hochzeitsgesellschaft versucht, diese beiden zu verkuppeln oder auch wieder so ein bisschen sich annähern zu lassen. Und währenddessen tritt auch noch ein Ex-Freund auf die Bildfläche und der Ex-Freundin und es entspinnt sich so ein, ja, so ein Shakespeare-haftes Geplänkel und dann ist der Film irgendwann vorbei und man sagt sich, joa, wir gehen nach Hause. Natürlich hast du dieses Bezeichnung Shakespeare-haftig einfach so benutzt, denn wir beiden Vollprofis, uns ist natürlich sofort nach drei Minuten aufgefallen, Moment mal, das ist doch eigentlich quasi wie viel Lärm um nichts. Es ist ein Shakespeare-Stück, was ja glaube ich schon mehrfach verfilmt worden ist, auch einmal von Josh Whedon und einmal auch von oder mit Kenneth Brenner. Gut, der macht ja alles mit Shakespeare. Und ja, es ist eine quasi Shakespeare-Verfilmung, wenn man es nett ausdrücken möchte. Was euch das jetzt bringt, das dürft ihr entscheiden. Dem Film ist es anscheinend sehr wichtig, weil er ja so Zwischenkapitel immer wieder so Kommentare oder Auszüge aus diesem Stück halt eben darlegt, aber wirklich viel gebracht hat es jetzt nicht. Ja, und ich muss auch sagen, ich war jetzt derjenige, der auch den Kinosaal einmal reingebrüllt hat, halt, stopp. Und hat dann darum gebeten, dass die Filmrolle angehalten wird und dass man bitte einmal bitte würdig, dass das eine Shakespeare-Adaption sein soll, damit das alle auch wissen. Könnt ihr angehen auf dem Schulhof oder in der Uni bei der Mensa oder wo auch immer ihr uns hört und sagen, ja, das ist ja eine Shakespeare-Adaption. Sie ist ungefähr so frei und so eng dran wie sowas wie Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Also die Grundkonstellation ist die gleiche, der Rest ist so sehr, sehr frei, muss man sagen. Ja, das stimmt schon. Gut, also vielen Dank erstmal für die Beschreibung des Films. Wo fangen wir an? Fangen wir mal an mit der Chemie, denn eine gute Rom-Com braucht natürlich eine gute Chemie. Nicht nur, wie ich finde, zwischen den Liebenden oder den sich bald hoffentlich Liebenden, sondern auch zwischen den anderen Figuren. Und da habe ich schon im Vorfeld gesehen, gehen die Meinungen relativ auseinander. Die einen sagen, dass Glenn Paul und Sidney Swin eine durchaus schöne Chemie miteinander haben. Ich hingegen fand diese Chemie, sie war zweckmäßig. Sie war schon vorhanden, aber eher zweckmäßig. Und es war keine Chemie, in die mich irgendwie, ja, mitgerissen hat. Ich fand das wirklich sehr, ja, ich wiederhole mich zweckmäßig. Ja, bin da aber leider, weil es für eine Rom-Com eigentlich fast schon der Todesstoß ist bei dir. Ich finde, die haben so eine Oberflächenchemie. Die sind, rein optisch sind das zwei schön anzusehende Menschen. Die sind dann auch noch in schöner Kulisse drapiert und die machen dann, das habe ich auch bei Letterboxd wirklich so formuliert, weil ich das so finde, die machen auf Romantik. Also das ist so, wir geben vor, es ist jetzt alles ganz romantisch. Dafür ist dann, manchmal ist das Ganze zu albern, finde ich. Und wenn es albern ist, könnte es gut und witzig sein, weil es dann sein R-Rating auch, ich glaube, so ein bisschen ausnutzt. Also es gibt zumindest eine Szene, wo sich an den Allerwertesten gegriffen wird und das vielleicht eher so nicht PG-13-Stoff wäre. Aber beim Restding dachte ich immer so, ihr wollt eigentlich, ihr wollt quasi nicht diese Hole Ten Yards oder ein Hole Nine, ihr wollt also nicht ganz bis zum Ende das durchmachen mit diesem edgigen R-Rating, sondern zwischendurch wollt ihr auch immer so cheesy, also wirklich so richtig kitschig sein. Und beides zusammen hat für mich in der Mischung nicht funktioniert. Und das lag nicht nur daran, aber auch daran, dass ich diesen beiden ihre Momente nicht so abgekauft habe. Also es war irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass das Story-Konstrukt auch so ein bisschen da reingrätscht, dass die beiden ihre, dass die beiden eine Chemie entwickeln sollen, die irgendwie gar nicht da ist. Ja, ging mir auch so. Also ich fand, optisch passen sie halt einfach. Du hast einfach den Sonny-Boy und die attraktive Juror-Studentin. Ja, also einmal das Sixpack und einmal die perfekte Bikini-Figur. Aber wenn sie halt so miteinander reden, wenn sie auch so sich gegenseitig so anfrötzeln, da fliegen halt keine Funken. Das war einfach so, wie man schon sagt, man hörte die Drehbuchseiten dann knistern. Und das ist sehr schade, denn beide sind meines Erachtens sehr gute Darsteller. Glenn Powell war bislang, glaube ich, die größte Rolle war bei Maverick, Top Gun 2. Und ich hatte das große Vergnügen, ihn jetzt sehen zu können in Hitman, den neuen Richard Linklater-Film, der irgendwann dieses Jahr auf Netflix kommen soll. Und da ich schon mal eine Empfehlung, guckt euch den unbedingt an. Der Mann ist in diesem Film so gut und der ist da so amüsant und so charismatisch. Aber hier ist er halt einfach, genau wie Sidney Sweeney im Prinzip darauf reduziert, seh halt gut aus. Punkt. Und das ist mir dann auch zu wenig. Wenn ihr jetzt, wenn im Schnitt jetzt du rausgeschnitten habt, dass ihr auf den Tisch gehauen habt, dann hat er gut gearbeitet. Denn ich ärgere mich tatsächlich, dass ich diesen Hitman noch nicht gesehen konnte. Denn ich mag Glenn Powell seit Top Gun Maverick sehr gerne, auch wenn er da jetzt eher so den Proll-Angeber gemimt hat. Aber das passt irgendwie zu ihm. Das ist halt ein sehr, sehr fitter Mensch. Das wird ja auch in diversen Szenen ein bisschen zu sehr zur Schau gestellt. Sogar fast ein bisschen mehr als bei Sidney Sweeney. Aber der ist so ein grundlegend sympathischer Charakter, finde ich so. Also im Film kommt das dann nicht so ganz rüber, weil er auch irgendwie für mich nicht genug Fleisch kriegt. Ich hab dich im Vorgespräch schon gefragt, so was macht er eigentlich beruflich? So ganz klar wird's nicht. Bei ihm zu Hause sind so ein paar Computer und da laufen irgendwelche Excel-Tabellen und Aktienkurse. Aber so richtig klar, was er so macht, ist nie. Er kriegt so Charaktereigenschaften, so wie Streusel auf dem Donut. Hier ist ein bisschen was und hier sind ein paar Brotkrümel und der Rest muss reichen. Und bei ihr ist das eigentlich auch genauso. Das ist so das, wo der Film für mich fast am eklatantesten offenbart, dass ihm daran doch gar nicht so sehr gelegen ist, sondern dass er halt sagt so, hier ist eine Rom-Com, das sind die Formeln, die wenden wir an, fertig, kauft es. Eine andere Sache, die so eine Rom-Com auch immer braucht, ist, ist mit dem Namen Rom und Com, nämlich die Com, die Komödie. Und da finde ich auch, dass der Film auch nicht wirklich abliefert. Ich finde sogar, dass er ein paar Szenen hat, die echt super gewesen wären, aber er löst sie viel zu schnell auf, meines Erachtens. Es gibt zum Beispiel eine Situation mit einem Koala-Bär, wo die ganze Hochzeitsgesellschaft einen Koala beachtet und im Hintergrund geht gerade der Punk ab. Das ist eigentlich eine klassische komödiantische Szene, die wird aber, wie ich schon sagte, komplett schnell aufgelöst. Und das finde ich sehr schade, weil ich hatte immer das Gefühl, dass Sidney Sweeney und Glenn Powell, ich glaube, die könnten das schon lustig machen. Aber die Kamera lässt sie irgendwie nicht. Die Kamera, manchmal habe ich das Gefühl, hat immer Augen für das, was gerade nicht lustig ist. Wie ist es dir da ergangen? Da ist auch der Benefit of Doubt einfach nicht da, weil die so nah an diesen Leuten sind, die da echt rumhampeln und durch die Gegend springen. Und da sind halt nicht 20 Meter dazwischen, sondern vielleicht 5 oder 10. Und das müssten die eigentlich hören. Lustigerweise gab es in der Bar auch so eine Szene, wo er irgendwie was ruft und sie hört es. Oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Und ich dachte, das hat sie gehört. Das ist schon manchmal irgendwie so ein bisschen... Das sind so Kleinigkeiten, da kann jetzt jeder sagen, Mensch, die sind aber heute beim Tele-Stammtisch ganz schön eine Erbsenzähler, ganz schön nitpicky. Das ist halt das Problem, wenn ich aus dieser... Es ist eine Rom-Com, jetzt keine immersive Veranstaltung im Kino. Aber wenn ich mir schon während so eines Films die Frage stelle, also das ist jetzt aber Quatsch und das ist unrealistisch und warum merken die das nicht, dann wird es halt irgendwie ein bisschen albern. Und dann denke ich gleichzeitig, dann hat der Film so seine Hausaufgaben nicht ganz gemacht. Denn Comedy kann er so ganz bedingt. Also wir haben beide festgestellt, an der gleichen Stelle hatten wir den einzig gelungenen Lacher, der auch relativ spät im Film passiert, wie ich finde. Der Rest ist halt so nettes, es soll so überdreht wirkendes Belustigungskino sein. Es soll ein bisschen klamaukig sein, aber irgendwie ist es das nie so ganz, finde ich zumindest. Ja. Und ich habe auch nichts dagegen, dass es in Australien spielt und man sieht sehr deutlich, dass der Tourismusverband auch nicht Geld gegeben hat. Aber das wirkt halt alles so wie so eine Fantasy-Welt. Also es gab Momente, da fand ich, wirkte Mordor realistischer als Sydney. Um es mal ganz krass auszudrücken. Ja, weil du auch, also sie ist Jurastudentin, er ist irgendwie, was weiß ich, Accountmanager, keine Ahnung. Aber es sind so Berufe, die auch nicht interessant sind. Das ist wirklich so eine Parallelwelt. Ich meine, da fährt die Kamera über das Anwesen, wo sie sind und du siehst einen Tennisplatz und weit und breit ist da auch kein, du siehst so eine extra Einfahrt. Also das ist für mich einfach nicht realistisch. Das ist nicht irgendwie das, was sich Otto-Normal-Kinogänger irgendwann mal leisten könnte. Und ich, du hast, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Vorgespräch war. Nee, es war in der Einladung, haben wir über Ticket ins Paradies gesprochen. Das war so ein Punkt, den du vorhin schon mal aufgegriffen hast bei diesen kleinen Wort oder auch körperlichen Gefechten zwischen den beiden. Die beiden hatten einen Abend und eine Nacht zusammen, in der sie miteinander keinen Sex hatten, was auch nicht sein muss. Das soll jetzt nicht sein, dass man jetzt beim ersten Mal gleich immer alles machen muss, was man als Erwachsener tun darf. Dann hatten sie noch eine zweite Begegnung in der Kneipe, wo sie sich schon immer sich mit der ersten Begegnung gestichelt und gefetzt haben. Und das hält für mich nicht so, über diese 100 oder was weiß ich, wie viele Minuten es war, hält das einerseits nicht stand. Und andererseits war das schon bei Ticket ins Paradies, wo Clooney und Roberts da so ein Ehepaar, was sich schon vor längerer Zeit getrennt hat, aber dann natürlich eine gewaltige Vergangenheit miteinander hat. Da habe ich das gekauft, diese Spitzen, diese Spitzenbemerkungen. Und hier dachte ich mal so, eigentlich reitet die auf zwei Sachen rum, die echt nicht so schlimm sind. Also das, was er sagt, war schon nicht ganz nett, aber sie macht halt auch so einen Arschloch-Move. Deswegen fand ich das irgendwie so, das wirkte für mich so aufgesetzt. Ich habe auch nicht verstanden, warum er jetzt unbedingt bei der Hochzeit mit dabei sein soll, weil er ist ja nur der Freund. Und also das war auch so, aber gut, ich sehe es genauso, wie du, es hat für mich alles nicht so richtig gepasst. Und das ist, wie du schon auch sagst, das klingt wie Nitpicking, aber wenn der Film es nicht schafft, dass ich das vergesse, dann macht er auch irgendwas falsch. Und ja, ich saß halt gestern im Kino und das sei gesagt, der Film ist nicht langatmig, der Film hat so gesehen auch keine großen Längen, aber ich saß da einfach und das lief so über mich drüber und dann war es vorbei und dann bin ich rausgekommen und mehr als ein Schulterzucken hatte ich für diesen Film einfach nicht übrig. Das ist sehr schade, denn im Grunde meines Herzens hätte ich halt wirklich Bock auf eine richtig schöne, gute Rom-Com, aber wo die Lüge hinfällt, ist das meines Erachtens nicht. Das ist, ja, ich habe in meiner Moodleback-Kritik, glaube ich, geschrieben, Gleichgültigkeit zwischen Vor- und Abspann. Passt das ganz gut zusammen, weil ich es auch, ich sagte das schon mal so, zumindest anleitungsweise, ich finde ihn so unentschlossen. Also wenn du richtig oldschool cheesy sein möchtest, dann sei das auch. Da bist du in der läufst solch Gefahr, dass es, Achtung, Boomer-Spruch, fast schon Boomer spricht, dass es cringe wird und ich glaube, lustigerweise gibt es eine Szene, in der er cringe sagt und sie sagt, das sagt man doch nicht mehr. Wusste ich auch nicht, dass man das nicht mehr sagt, aber egal. Aber dann mach es doch so oder geh halt voll steil und mach das so a la, ich sag mal Bottoms, wo du irgendwie das Gefühl hast, das ist jetzt nicht mehr realistisch, sondern es ist halt eine Grotesque. Das sind halt keine Figuren, sondern das sind, ach ich hab schon wieder das Wort vergessen. Wie heißt das denn? Karikaturen, das Wort fiel mir nicht ein. Genau, also und da ist es halt hier, ich finde, die beiden sind Karikaturen. Sie ist halt so eine typische, ist es Gen Z? Nicht so ganz eigentlich, aber sie ist zumindest, sie weiß nicht so ganz, was sie will. Sie will auf jeden Fall das, was sie macht gerade nicht und sie hat auch ja ihren langjährigen ersten Freund dann irgendwann gekickt, einfach weil es, ey, auch so ein Erste-Welt-Problem, weil es zu perfekt war, weil sie sich nie gestritten haben und er ist halt so, er geht da auch in die Bar rein und sagt so, ja, was habe ich zumindest so verstanden, ich kann natürlich auch immer meine Akustik, meine akustische Wahrnehmung sein, die da falsch war, was reiße ich denn heute auf? So nach dem Motto, ich weiß, ich bin ein ziemlich gut aussehender Dude, wo sind denn die Weiber, die ich jetzt hier aufreißen soll? Ja. Das ist eigentlich, glaube ich, auch das Kernproblem, dass es eigentlich Karikaturen sind, aber der Film sie als Charaktere verkauft. Ich glaube, das ist das große Problem, das ist bei allen Figuren so. Einzige Ausnahme ist der beste Freund von Ben, gespielt von so einem Rapper namens Gata oder Gator oder so ähnlich. Dessen Figur fand ich zwar einfach nur unglaublich unsympathisch und nervig, aber das war noch so die Figur, die hättest du eins zu eins auch wirklich dann in eine, in Anführungszeichen, Karikaturraum reinsetzen würden. Also das ist die einzige Figur, die würde da auch funktionieren. Ansonsten muss man sagen, die Besetzung auch nur für sich ist nicht schlecht. Wir haben neben Sweeney und Paul noch Alexandra Schipp, die könnte man kennen und natürlich der mit Mulroney, der letzte große Rolle von dem war im letzten Screen und Brian Brown, wie wir im Vorgespräch auch schon überlegt haben, woher kennen wir den und du kennst den aus und dann kam Polly und ich kenne den aus Cocktail und beides sind Filme, die wesentlich besser funktionieren als wo die Lüge hinfällt. Ja und lustigerweise ist das ja auch, zeigt das vielleicht auch wieder, wie alt wir werden und wie alt wir die Hollywood-Schauspieler werden. Ich meine, Dermot Mulroney war doch in den 90ern schon so ein kleiner Rom-Com-Stammgast, also mit diesem Julia Roberts Film, die Hochzeit meines besten Freundes, meine ich mich zu erinnern, dass er da mitgespielt hat. Ja, ich glaube schon. Also ich will jetzt nicht die Filmografie durchblättern, aber ich erinnere mich zumindest, dass mir Dermot Mulroney eher aufgefallen ist, so in etwas, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber in so seichteren Stoffen. Also ich kann mich an, wie gesagt, diesen, er fand ich damals übrigens mega unsympathisch, die Hochzeit meines besten Freundes, kann ich mich erinnern. Dann hatte er noch, glaube ich, so ein relativ lasches Ding. Ah, hier, Frau mit Hund sucht Mann mit Herz oder so. Ja, genau. Und irgendwie hat er dann noch, glaube ich, in einem der letzten Filme von Paul Newman mitgespielt. Und ansonsten ist das ja also relativ, irgendwie diesen Renona Ryder, ein amerikanischer Quilt, meine ich auch noch. Ansonsten kann das natürlich auch sein. Korrigiert mich gerne, schreibt es in die Kommentare, wenn ich irgendwie da Quatsch erzählt habe und Dermot Mulroney irgendwie als Charakterdarsteller und Serienkiller berühmt wurde. Weiß ich nicht. Nett ihn zu sehen, die Nebenfiguren sind manchmal ein bisschen anstrengend, gerade so er mit seiner Frau. Ich finde auch, die sehen alle irgendwie zu perfekt für ihr Alter aus, aber egal. Aber dass die so ein bisschen, daraus macht der Film halt auch so wenig. Das sind auch so, dieses übliche Ding, also die Eltern sind ein bisschen zu, übergriffig ist das falsche Wort, die mischen sich ein bisschen sehr in das Leben ihrer Tochter ein, finde ich. Mir war übrigens auch nicht so ganz klar, ist sie jetzt die ältere Tochter oder ist sie die jüngere Tochter, weil ja auch mal die die heiratende Hayley oder Hale oder wie sie heißt, ja einmal diesen, ach, Entschuldigung, auch so eine Stanze aus dem Drehbuch, aus der Drehbuch-Mottenkiste. Ja, du dachtest ja immer, du wärst die Erste, die heiratet. Dann denkst du, ist doch scheißegal, wer zuerst heiratet, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin gefunden hat. Ist doch super, wenn man das Bedürfnis hat, zu heiraten, ist doch super, wenn man irgendwann mal heiratet, ist doch wirklich furzegal, ob man zuerst oder zuletzt heiratet. Oder? Ja, definitiv. Da bin ich da falsch. Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich auch schade finde, ich finde, der Film ist auch sehr langweilig inszeniert. Also das Einzige, wo man so ein bisschen mit Kreativität drin ist, sind diese Zwischentitel mit diesen Shakespeare-Zitaten. Aber ansonsten, also ich erwarte jetzt hier jetzt kein Everything Everywhere I Let Once, aber zum Beispiel der Regisseur, der Will Gluck, der hat unter anderem 2009, 2010 mit Emma Stone einfach zu haben gedreht. Das war ein sehr schöner, auch romantischer Teenager-Film, aber irgendwie danach, ich glaube, Annie hat er gemacht, die beiden Peter-Hase-Filme, die ich nicht gesehen habe und wo die Lüge hinfällt, der wirkt auch, obwohl Will Gluck auch das Drehbuch geschrieben hat, wie mehr so eine Auftragsarbeit. Ich finde da nichts dran, wo ich sage, da erkenne ich jetzt eine Handschrift oder da erkenne ich, dass jemand sich wirklich richtige Gedanken gemacht hat und irgendwie was abliefern möchte, was außerhalb der Norm stattfindet. Das ist ein sehr, ja, standardisierter oder vielleicht sogar stagnierender Film. Ja, ich finde die zwei hervorstechendsten Eigenschaften dieses Films, die ich zumindest ausgemacht habe, sind die von dir schon genannten Kapiteleinblendungen mit Shakespeare-Zitaten oder ich weiß gar nicht, was es war, wirkte mir für mich, also ich kann das auch allgemein nicht mehr sehen, diese Kapiteleinteilung in Filmen. Das wird mir echt, das ist mir zu inflationär momentan in Hollywood benutzt, aber das sollte vielleicht so die eine Reminiscenz schlechthin sein für Shakespeare. Das Zweite, was mir wirklich aufgefallen ist und das eher so ein, weiß gar nicht, ob es ein Funfact ist, wer hat in diesem Film die Kostüme gemacht? Die Damen tragen alle zu knapp, also wirklich, die Bikinis sind zu klein. Das ist, das sieht nicht schön aus. Also, ich will jetzt nicht sagen, da quillt alles raus, weil es soll kein Bodyshaming sein, aber es sind, es sind definitiv zu kleine Bikinis und ich habe mich gefragt, was soll das? Also ist das so, wie Scarlett Johansson, als Black Widow einmal erzensiert wurde, dass da so eine Kamerafahrt nur auf ihrem Arsch war, dann ist es halt so was Lüsternes, was mir irgendwie in meinem Alter nicht mehr so viel gibt und es ist tatsächlich einfach, ja, wir haben keinen anderen Bikinis gefunden, sorry, tut mir leid Mädels, müsst ihr anziehen, weil gerade die, die eine Figur, die Margaret, genau, die Ex-Freundin von ihm, also von, von Ben, das ist ja, das ist ja schon, ich weiß nicht, ob das, ich wusste nicht, ob es ein Gag sein sollte, dass die wirklich, ich habe auch kurz gesagt, der ist falsch rum, das kann auch irgendwie, nicht sein. Und dann geht es so in Richtung Borat, ne? Ja, ja, weil, weil wenn Margaret, also die Ex von Ben, die warum auch immer auch wieder natürlich dann in Australien unterwegs ist, wie wir sie kennenlernen, dann ist sie halt oben ohne am Strand und dann zieht sie sich halt die Bikini an und dann denkt man sich auch so, aber Kind, dann lass die Bikini doch gleich weg, weil wirklich was verdecken tut der auch nicht mehr. Und das wirkte auch so ein bisschen nach dem Motto, komm, als ob die Leute bei Sony gewusst haben, okay, dieser Film soll R-rated werden, jetzt müssen wir auch mal eine Brust oder so zeigen. Ja. Ich hab nichts dagegen gegen nackte Haut, ob es jetzt Männlein oder Waldlein ist, ist mir egal, aber das wirkte halt auch ganz oft so wie, wir müssen jetzt aber auch mal nackte Haut zeigen. Wir müssen jetzt auch mal irgendwas bringen, was so ein bisschen aus dieser, ich nenne es mal Komfortzone von so einer pifigen Rom-Com rausragt und das war dann auch mir einfach zu wenig. Ich verstehe auch dann, also ich finde es toll, wenn gerade so eine große Firma und so ein großer Verleih wie Sony, die dahinter stecken, dann sagt so, macht R-Rating, ist okay, wir versuchen das zu vermarkten auch als R-Rating, damit halt die Kreise, die reingehen, die es vielleicht dann sagen, oh, ist eine R-Rated-Komödie oder Rom-Com, das kann ja mal was werden. Aber hat es das gebraucht für diesen Film, frage ich mich halt. Also hätte es, wird es nicht vielleicht irgendwann zu einer Analyse kommen und man würde feststellen, also PG-13 mit zwei Fucks weniger und weniger Brüsten, dann wäre das auch gegangen. Denn genau das, was du sagtest, ich hatte so leichte HBO-Vibes, wo du immer das Gefühl hast, man kriegt so Bumsen und Titten und Ärsche, ist im Abo halt mit drin, dass das einmal sein muss. Hier brauchst du es ja gar nicht. Also dass da auf einmal diese Ex-Freundin in der Küche steht und ich weiß nicht, ob ich mich verguckt habe, aber die stand da halt in der Bluse ohne BH und ich meine auch die Brüste gesehen zu haben und ich dachte mir, warum steht die da so? Also es ist, der heißt ja nicht Ex-Freund ohne Grund, das ist halt nicht mehr ihr Freund und irgendwie auch so diese sexuelle Spannung, die sie da immer ausstrahlt, habe ich auch nicht kapiert, weil das, was sie mit ihrem Teilzeitfreund da jetzt da gerade hat, war ja anscheinend wirklich so ein, so was, so eine Bumsgeschichte, also dass die da nur eigentlich sich zum Vögeln quasi zusammengetan haben und dann verstehe ich dann nicht, dass man da irgendwie bei einer Kaffeemaschine fast ohne Bekleidung oder ohne Oberbekleidung zu sehen ist. Ne, also irgendwie für mich am Ende, ich habe zweieinhalb von fünf gegeben, ich glaube da war es ein bisschen strenger, kann man machen, ist, ich weiß gar nicht, ob es ein guter Film fürs erste Date ist, weil ich weiß auch gar nicht, ob das noch in Mode ist, dass man heutzutage mit seiner Freundin, zukünftigen Freundin, mit seiner Frau, mit seiner Verlobten, was auch immer, mit seinem Verlobten, mit ihrer Verlobten, du weißt, was ich meine, ob man da ins Kino geht, ich weiß es nicht, ich wüsste nicht, ob ich jetzt dann nicht lieber sagen würde, weißt du was, lass uns lieber Harry and Sally oder Forget Paris einschieben und zu Hause bleiben, ich müsste jetzt dafür nicht unbedingt ins Kino und würde es auch nicht empfehlen, ins Kino zu müssen. Warte ein paar Monate, dann kommt er eh bei Netflix. Ja, also das wird nochmal gesagt sein, Sony hat mit Netflix ein exklusiv Titel abgeschlossen, schon bei einiger Zeit, das heißt, wenn der Film dann irgendwo mal auf DVD rausgekommen ist, wird er wenig später dann auch auf Netflix landen, wie jetzt zum Beispiel auch jetzt No Hard Feelings, der glaube ich im Dezember auch bei Netflix dann gestartet ist. Das heißt, ihr werdet, wo die Lüge hinfällt, der am 19. Januar startet, ich werde mal schätzen, spätestens Juni, Juli wahrscheinlich auf Netflix wiederfinden und vielleicht passt dann auch ganz gut, weil es ist auch mehr so ein Sommerfilm statt ein Winterfilm, aber er gehört, also auf Netflix würde ich sagen, gehört er eher hin als ins Kino, weil der bietet einfach wirklich nichts. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt hier auch festgestellt, weder ich noch Timo sind Rom-Kom-Hasser, aber wo die Lüge hinfällt, das war nicht unser Ding. Timo, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu wo die Lüge hinfällt? Nö, zu wo die Lüge hinfällt nichts. Ich hoffe halt, bei aller Kritik, die wir jetzt über diese Rom-Kom geäußert haben, bitte lass das Genre nicht komplett aussterben, wenn es nämlich gut gemacht ist und lustig ist, sehe ich sowas trotz allem immer gerne. Deswegen, aufgrund der Vielfältigkeit wäre sowas auch schön und dann auch wieder, wir haben jetzt gemeckert, dass wir ins Kino kommen, natürlich ist es trotzdem schön, dass wir jetzt nicht irgendwie komplett Erbe gerade im Kino haben. Ja. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Ja. Das möchte ich jetzt einfach privat von dir wissen. Was war denn der erste Kinofilm, den du mit deiner Frau geguckt hast? Da waren wir aber nicht verheiratet. Das darf ich eben, das war, jetzt werden alle es wissen, scheiße, da redet ein bisschen, es war Panic Room von David Fincher. Ach ja. Das war etwas total Romantisches. Jodie Foster spielt eine frisch geschiedene, von einem irgendwie Millionär geschiedene Ehefrau und zieht mit Kristen Stewart in eine New Yorker Upper East Side irgendwie Stadthausvilla und es wird ein bisschen blutig und so weiter. Ihr kennt Panic Room wahrscheinlich, wenn ihr uns hört. Das war unser erstes Date. Du bist Romantiker durch und durch. Total. Bevor ich hier einen Shitstorm kassiere, machen wir diesen Podcast jetzt zu Ende. Aber wir müssen noch ein paar Sachen droppen. Genau. Ich habe keine Bücher über Kindererziehung und auch keine Comics. Wichtig? Oh ja, das stimmt. Du bist nicht Schlager, aber du bist Timo, du bist im Internet unterwegs als der Video-TK. Dich findet man unter anderem bei Instagram und bei Instagram hast du auch so einen richtig geilen Linktree, der führt dann zu all den Sachen, die du machst. Du warst jetzt schon zum dritten Mal bei Kino Plus zu Besuch. Ja, der Tele-Stammtisch hat das Kino Plus-Format letzte Woche ein bisschen unter seine... Na, eigentlich waren wir einfach nur zu Gast. Man würde gerne sagen, es war die Invasion, aber wir waren einfach nur zu Gast. Du hattest aber da ein großes Problem und zwar nicht, dass Schlogger mit dir da war, sondern der Pullover von Schlogger. Der hat euch wirklich allen die Show gestohlen. Sei ihm nicht böse, aber... Ey, ohne Scheiß... Es haben mir eigentlich alle Klamotten die Show gestohlen. Schröck hatte einen wahnsinnig geilen... Ich weiß gar nicht, ob man das bei YouTube gesehen hat. Es war ein wahnsinnig geiler Godzilla-Minus-One-Pulli. Schlogger hatte ihren geilen Pulli an und dann sitzt da halt der Dude mit einer Käppi und einem Hoodie drin und du denkst, was macht der denn da? Ich denke, Fernsehen und Internet ist für schöne Menschen. Und Antje Westel saß noch da verkleidet als Fräulein Rottenmeier. Das war... Das lasse ich jetzt so stehen. Ja. Okay. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wie gesagt, Bulli-Ligo hinfällt seit dem 19. Januar im Kino und später dann auf Netflix. Denkt dran, uns gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de Damit bin ich hier durch. Ich wünsche euch viel Spaß, egal was ihr auch macht. Tut nur bitte den anderen Leuten nicht weh. Ich sage Tschüss und dann ist... Ja, Timo, dann bist du dran. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.